Lasst mich sehen ohne Scham und man sah die Schaumkrone vor dem Mund, der Gelüste ein jähes Ende setzend. Im Sozialherz ein Staudiscovery, um die Welt herum pusten. So pustet sich die Welt körperhaft und bildet und begreift, haut und schnitzt, das Ich um die Form im Objekt und angewendet werde und mache das Ich zur Plastik, nicht nur aufgetragen, von innen nach außen entstanden, also in Schichten erfasst, im Boden als Pochen, entzieht sich nicht mehr unserer Wahrnehmung in Form nur als Hauch zu verstehen, als Perzept quasi unbrauchbar, zumindest für die weitere Einordnung als Gesamtheit, dient stattdessen Sensorik.